So, der große Böller Teil 2. Da ist der Kobold nochmal. Ich will auch. Da sind die anderen Kinder. Und jetzt zündet der Daniel Feuer frei. Sieg da! Wie geht das vor? Nein! Wir haben eine Pakete! Oh Mann! Warst du schon? Nicht hervorhalten. Warst du schon? Ja! Oh mein Gott, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Waren? Kobold! Habt ihr sie gefunden? Ja! Haha! Warst du schon wieder ein großer Fehlerwurm? Ja, den hast du vergessen hinten abzulegen. Wo ist die Nadel? Was ist denn das hier? Lass dich überraschen! Zeig mal! Das ist die alte. Und das ist die aktuelle. Die ist aber unten aufgeblasst, wo kein Buttertape war. Hä? Puh, der stinkt voll. Das riecht jetzt übel. Mein Gummi! Das riecht! Das riecht! Das riecht! Das riecht! Das riecht!